Joga, wärst du mit Zutritt zu deinem Wohnsitz? Man, fuck you, I'll see you at work. Na, bezieh dein Hass nicht auf mich, nur wegen meines schönen Anblicks. Wenn du dein Haar vernünftig richten würdest, fänd sich ja vielleicht mal ein paar Dürren auf deinem Gemächt wieder. Außerdem würde dir Sabine mal ein Telegramm zukommen lassen, wenn sie es denn jemals unterlassen würde, diesen Schaffner oder Steuerberater zu beglücken. Stark pigmentierter. What? Oh, motherfucker. Oh, honey. Y'all telling me.